Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Cora Island. Diesmal ist der Livestream einmal unter der Woche. Ist selten. Was wollte ich denn? Ich habe letztens ein Piré gemacht. Oh, es ist Winter. Stimmt. Sind die jetzt alle... Achso, ich habe hier schon geplant. Es ist hier schon längst Winter. Stimmt. Ei, ei, ei. Bin ich doof. Aber jetzt mal kurz schauen, was jetzt die Tage ansteht. Welche Festivals? Ah. Halbgeburtstag. Hm. Da haben mehrere Leute Geburtstag. Zoe auch. Interessant. Hm. Okay. Da muss ich hinschauen. Da war ich letztens viel zu wenig. Auf dem Fest. Und Weihnachten natürlich. Aber das sehen wir ja dann. Ich habe jetzt unfassbar viel Geld. Aber was mache ich damit? Hm. Die nächsten Tage wird nichts sein. Hier, hier so ein bisschen anfangen, schöner zu machen. Schmücken. Den Fisch muss ich noch abgeben, soweit ich weiß. Also Tiere kann ich nicht freilassen. Das heißt, wir... Ja. Jeff. Wir holen mal die ganzen Ressourcen hier raus. Und schauen wir ganz kurz, ob die Tierchen noch genug Nahrung haben. Weil da bin ich mir nicht sicher. Oh, das fiel. Jetzt noch kurz zu den Schweinies. Oink, oink. Was geht's? Aber hier ist wahrscheinlich nichts. Ja, die fühlen sich wohl. Einfach im Dreck wälzen. So. Wie viel? 111. Das geht. Okay. Dann füllen wir das hier schön auf. Zuerst Gold. Goldei. Jenes. Dies. Habe ich ein Bachtelei auch? Nö. Kurz schauen. Wir haben da... Okay, nee. Die haben wir alle schon abgegeben. Schade. Käse. Auffüllen. Gold. Ja, das passt. Ah, ich habe noch ein Goldei. Oh. Okay. Hier rein. Hier rein. Natürlich. Genau jetzt kommt eine Benachrichtigung. Ist ja klar. Ist ja wichtig, dass genau jetzt eine Benachrichtigung kommt. Das geben wir hier ab. Das brauchen wir zum Aufwerten. Und den Rest kann ich eigentlich verkaufen, ne? Hm. Hm. Ja, das könnte ich verarbeiten. Pfirsich. Hm. Ich auch. Zwölf Batterien. Behalte ich mal. Ah, eine schöne Tomatensuppe. Gaspacho. Okay. Äh, hier. Ach, das zählt wirklich als Lebensform. Also. Okay. Interessant. Okay. D, d, d. Bisschen Woller. Frau Holler. So. Wir könnten jetzt noch Tiere. Kaufen. Hm. Aber was mache ich jetzt? Ich gehe, glaube ich, zuerst mal. Was ist Sonntag? Sonntag ist schlecht. Da ist, glaube ich, hat nichts offen. Ja, wir schauen mal ganz kurz. 10 Uhr. Hat alles offen. Vielleicht finden wir ja jemanden unterwegs. Nichts. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Sport. Barfuß. Du bist echt sportlich unterwegs. Lea ist beschäftigt und hat im Moment keine Zeit für dich. Okay. Ja. Ja, mache ich mit. Kleiner, das ist ein sehr hässlicher Schneemann. Du wirst von Jahr zu Jahr nicht besser. Hast du irgendwelche Wünsche für den Winter? Mehr Münzen. Ein neues Haus. Ein Glas leckerer Joghurt. Ja, ich wünsche mir Joghurt. Ich hoffe, du verstehst es. Ich hoffe, du verstehst es. Äh, ne. Ich verstehe gerade gar nichts. Ah, okay. Schön. Du kannst gut spielen. Wir schauen mal rein. Weil wir haben ja Geld. Das kann mir gönnen. Uh. Ja. Wieso nicht? Hm. Wieso gibt es keine Badehose für Männer? Hm. Schön. Schön, dass es immer mehr wird. Aber, hm. Die fühle ich halt auch. Die Enten. Ja. Achso, das. Badehose. Schuhe. Nee. Brille. Sieht die cool aus. Kann ich das wegmachen? Ja. Okay. Hm. Schönes Käppi. Würde zu mir passen, ne? Nur die Muschel da drauf? Ich weiß nicht. Hm. Jetzt im Winter. Ja. Ich bleib beim Rucksack. Ne? Okay. Okay. Habe hier jetzt nichts gefunden. Wieso ist meine Stimme heute so? Ich weiß nicht, wieso. Okay. Mal ein bisschen Deko gucken. Und ja, ich brauche, glaube ich, Gras. Es gibt wieder neue Sachen. Neu. Neu. Das ist auch neu? Verfügbar. Okay Ey, ich werde mich da irgendwann so drüber auslassen Sind das die Dinger, die ich gekauft habe? Ja, ich glaube schon Die hier Soll ich mir da welche kaufen? Das ist halb teuer Okay So für 10.000 Gönne ich mir da mal so ein bisschen grün Kaufen Haben wir noch coole Außendeko? Das gefällt mir Da wird ein Schleim gebraten Ein Brunnen mit einem Tentakel So eine kleine Feuerstelle Das muss aber dann irgendwie so ein bisschen versteckt sein Das ist alles Das hier sieht schön aus Aber es ist weihnachtlich Hat so einen Schneemann Ja, der muss sein Habe ich jetzt das Ding nicht gekauft? Doch, habe ich gekauft Hatte ich vorher 98? Ich war doch auf 100 Ja, das Huhn wäre auch toll Ja, der Zwerg hätte auch was Ja, wenn die Lampen was bringen würden Die leuchten ja nicht wirklich Das ist halt ultra schade Ja, ich gönne mir das noch Ist so neutral Das auch Zwei Stück davon Und dann war es das Okay Soll ich? Nee Hier habe ich ja alles gekauft Hallo? Ja Kann ich das hier kaufen? Wieso kann ich das hier nicht kaufen? Ich will das hier So ein Flipperautomaten Verstehe ich nicht Was wollte ich eigentlich jetzt hier im Dorf? Hier können wir mal eine Geode öffnen Habe ich ja eine dabei Ah, und ich sollte auf jeden Fall Okay, sieht neu aus Hier mal gucken Was ist mir um 20.000 Münzen? Das mache ich Obwohl, das sollte ich eher machen Goldener Gold acht Okay Gold Goldener Essenz Acht Stück Brauche ich unbedingt Goldener Essenz Große Mission Grüne Essenz Habe ich hier drin Habe ich acht Stück Ich habe sieben Wir machen ein bisschen was Mir fehlt Glas Okay 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 Ich habe kein Glas mehr Ich könnte das jetzt machen Mache ich das jetzt Und mache dann Dieses Ja, dann dekorieren wir danach Brauche ich jetzt noch was? Nö Vielleicht kann ich noch von den Maschinen was machen Da weiß ich gerade nicht Gucken wir mal Ja, hier Das kann ich easy machen 20.000 Kein Problem Zwei Tage Easy Goldessenz Hier Ah, hier fehlen mir nur 50 Schrott Let's go 50 Schrott ist jetzt aber auch schon Ich muss wieder ein bisschen unter Wasser Arbeiten Hm Vielleicht machen wir das hier gleich Ich brauche ja auch sehr viel Glas Ich habe nicht mal Schrott Okay, wir haben Ressourcenprobleme Hier Okay So ein bisschen Vielleicht So ein bisschen Ressourcenprobleme Ah, ja Hm Hm Ist mal seltsam, dass ich unter der Woche aufnehme Das ist echt selten, aber das wird jetzt öfters so kommen Hm Ich möchte nämlich am Wochenende einen freien Tag haben Könnt ihr wahrscheinlich verstehen Äh Gut Hier Mach ich das Was ist das eigentlich? Hm Das wäre auch easy Aber zuerst das hier Hm Was fehlt mir? Hm Ach Nee Ich dachte 75.000 brauche ich dafür Ah, ich muss das vorherige Hm Okay Ich muss zuerst das vorherige machen, dass ich das Hm Gold habe ich nicht Ja, dann gehen wir jetzt unter Wasser Ich lege das jetzt alles ab Es ist ja gar keine Arbeit gerade Und dann gehen wir ein bisschen tauchen Schwimmen Werden wir zum Fisch So Weg damit Ach, habe ich schon Okay Kann ich direkt verkaufen Wollte dekorieren Wollte ich ja zuerst machen Das hier ein bisschen grüner wird So Sieht halt im Winter jetzt ein bisschen blöd aus, ne So Aber im Sommer sieht das gut aus Weil ich mag, dass das so braun ist überhaupt nicht Sieht so trostlos aus Und das ist ultra teuer, das hier alles grün zu machen Ach, das wird automatisch so ein bisschen verschneit Wie kann ich das Zeug nochmal drehen Schade Aber ich lasse das jetzt mal so Und einen schönen Schneemann Der kommt hier hin Den muss man sehen So Sieht doch schön aus Okay Gaspacho nehme ich mit Äh Die eine Truhe hier Weiß ich nicht Batterien kann ich Verkaufen Oder Sind viele Batterien echt Wie viele habe ich denn im Lager Zu viele Vielleicht noch ganz kurz zu meiner Geliebten Mal kurz schauen, wo die überhaupt ist Schatz, wo steckst du? Äh Ich sehe sie gerade nicht Ist sie vielleicht wieder hier? Nö Ah, hier ist sie Okay Dann schauen wir mal ganz kurz vorbei Und bringen ihr ein kleines Präsent Wo steckt sie? Ist sie hier? Nö Ah, sie ist bei den Tieren, oder? Hier Na, hier beim Computer War sie letztens Hier Hi Ich habe diese Woche schon Ah Habe ich wieder vergeigt, ne? Gut Ja, dann ab ins Meer Und dann Farben wir ein bisschen Müll Und so Gold brauche ich sehr viel Sehr gut hier Das brauche ich Oh Sehr viel davon Sehr gut Gib mir mehr Und Bronze Ich wollte schon sagen Silber Äh, Silber Bronze Und Gäste tun wir das andere Kupfer Wie bei Stadio Valley Hier Hier Perfekt Ein bisschen Müll Ein bisschen Seegras Kann auch nicht schaden Ups Hm Ja, hier noch ein bisschen Nehme ich mit Äh Ich könnte hier hoch noch Hier sicher einiges Ja Nehme ich alles Natürlich an Ich brauche davon halt so viel Und ich brauche auch Müll Was ich zu Glas machen kann Okay Oh Hi Du verstehst nicht Was gesagt wird Hm Da verstehe ich noch nicht genau Wie ich das machen soll Hier fehlt auch noch so eine Steinkugel Da fehlt auch noch was So wie es aussieht Hm Oh du siehst ja süß aus Seeku Aufpassen vor dem Reinerle Ne Der mag Wassertiere Ah, so ein bisschen Insider Nehme ich Hä Fünf Zuschauer Leute Was geht ab Servus Es geht momentan echt viel los hier Freut mich, dass ihr da seid Ihr müsst nicht schreiben Es freut mich schon, dass ihr da seid Okay Ja Das ist ein bisschen Silber Aber ich brauche Gold Gold war oben, oder Ah, das ist sie Schauen wir da mal hin Was macht sie denn hier Das nehme ich doch mit Hier ist immer noch sehr viel Müll Oh, da ist der Beluga Oder wie heißen die Die mit dem Der komischen Stirn Beluga Okay Du verstehst nicht Was gesagt wird hier Verstehe ich nie Hä, sie ist weg Sie war doch noch da, oder Ist sie jetzt gerade Hä Sie war doch gerade noch da Okay Ja, wieso nicht Einfach despawnt Ja, dann gehen wir kurz zum Gold Das dauert jetzt ein bisschen Ein bisschen weiter weg Ja, Servus Leitl Freut mich Passt gut drauf auf Auf die Stadt Nehme ich mit Ich sollte da einfach auch Alles mitnehmen Weil das ist halt Geld So Ja, dann Den lasse ich mal So Nehme ich mit Okay Gold, Gold, Gold Ich brauche Gold Gebt mir Gold Ich schaue auch noch zum Anderen Zu dem, wie heißt's Zu dem Roboter Muss ich noch Das nehme ich mit Ja, so viel Kleinzeug Hier darf ich nicht lang Hier ist ja schon Ja, hier ist schon Violett Osmium Seetang Da bräuchte ich auch ein bisschen was Aber Gold ist jetzt gerade mal wichtig Für die nächsten Flaschen Da, das brauche ich Immer wieder Äh, Salz Salz Salz, Salz 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 Sehr viel Salz Mögt ihr Salz? Blöde Frage, ne? Salz ist super Aber zu viel ist ungesund Okay, ich bin voll Okay Das bitte öfters Hier drüben Ja, schön Hier ist sonst nichts Nehme ich Aber nur eins Das lohnt sich fast gar nicht Der Hai Der sieht so süß aus Ja, streichel deinen Bauch Hast gerade gegessen, ne? Ah, ups Kann ich nicht gut nehmen Wieso ist Bin ich so voll? Ups Bin ich so voll? Hm Das Bajo essen? Oder was? Hm Okay Das brauche ich auf gar keinen Fall Fasern Hab ich genug Das Ding ist Das sind halt alles Unterschiedliche Qualitäten Das ist halt Einfach doof So, hier der Roboter Der hat nur 13 gesammelt Okay Ich brauche Platz Steine kann ich auch Okay Es ist schon so spät Ah, hier ist von Hier ist noch ein bisschen was Okay Ja, das schaffe ich noch ein bisschen Ein bisschen Sollte ich schon noch bekommen da oben Ein Stück Noch ein Stück Okay Das ist schon besser Hm Okay, hier drei Stück Perfekt Okay Ich muss nach Hause Komm Ich will nach oben Ja Oh Und Leute Wie es aussieht War es das für diese Folge Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt Lasst ein Like und ein Abo da Wir sehen uns in der nächsten Folge Wieder Hab euch lieb Ciao, ciao Ich leg mich jetzt noch hin Ciao, ciao